Kommunitarismus, da steckt das lateinische Wort communitas darin und communitas bedeutet schlicht und ergreifend Gemeinschaft. Und man sieht schon, dieser Einspruch tut genau an dieser Stelle einhaken, die ich gerade schon skizziert habe, nämlich die Frage, ob wir nicht viel stärker die Gemeinschaft als Ausgangspunkt der Frage nach Gerechtigkeit nehmen müssen und nicht so sehr das einzelne Individuum. Als ein Beispiel, als zentralen Vertreter der Debatte des Kommunitarismus möchte ich Michael Bolzer vorstellen, ebenfalls ein US-amerikanischer Philosoph, der noch lebt und der immer wieder als einer der großen Gegenspieler von John Rawls sich in den vergangenen Jahrzehnten positioniert hat. Seine Theorie der Gerechtigkeit versteht er selber als einen Gegenentwurf zu der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls. Er ist gegen Grundregeln, die einen gewissen abstrakten Charakter haben, so wie bei Rawls, die aus dem fiktiven Urzustand sich begründen. Und er möchte stattdessen vielmehr ein konkretes und, wie er selber sagt, realistischeres Konzept einer gerechten Gesellschaftsstruktur vorlegen. Der Bezugspunkt seiner Position ist die jeweilige konkrete politische Gemeinschaft mit ihrer Geschichte, mit ihrer moralischen Tradition, die durch ein gemeinsames Bewusstsein von Sprache, Geschichte, Kultur, man denke da an ganz unterschiedliche Bereiche eben definiert wird. Gerechtigkeit als Konzept funktioniert immer nur innerhalb dieser Gemeinschaft. Wenn man auf die Einleitung wieder schaut und auf die Frage des politischen Diskurses, so würde Rawls ja sagen, das, was als soziale Gerechtigkeit verstanden wird, ist in den USA, in Europa und in den Philippinen natürlich vollkommen unterschiedlich. Aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Kultur können wir die Frage nach sozialer Gerechtigkeit nicht unabhängig dieser jeweiligen Kontexte formulieren. Rawls hatte, wie gesehen, im fiktiven Urzustand genau diese Kontexte ausgeblendet. Der Schleier des Nichtwissens, die Binde vor den Augen, hat eben dafür gesorgt, dass genau die Frage nach Gerechtigkeit unabhängig dieser Kontexte beantwortet wird. Und Rawls, äh, Bolzer formuliert gegenüber Rawls sehr pointiert, Gerechtigkeit bedeutet in Toto von all den Dingen, die eine gemeinsame Lebensweise ausmachen. Und er legt noch einen drauf, sich über dieses Verständnis von Gerechtigkeit hinwegzusetzen, bedeutet immer ungerecht zu sein. Er setzt immer zwar in Klammern, aber nichtsdestotrotz eine scharfe Pointe, natürlich gegen John Rawls, der sich eben genau versucht hat, über dieses Verständnis hinwegzusetzen. Bolzer tut in seinem Werk, der nennt die Sphären der Gerechtigkeit, sag gleich noch was zu diesem Begriff, die Sphären, ein Beispiel bringen, das indische Kastensystem. Jeder Dorfbewohner innerhalb des indischen Kastensystems bekommt seinen Anteil gemäß eben seiner auch geschichtlich-kulturellen zugewiesenen Position innerhalb des Gesamtgefüges der Gemeinschaft. Er bekommt eine bestimmte Kornmenge, die dann für sein Überleben eben herangezogen werden kann. Jeder, der zum Leben des Dorfes beitrug, hat einen Anspruch auf das Gesamtprodukt, beispielsweise auf Korn. Es gibt keine rein formale Buchführung, sondern es gibt eben nur einen Gesamtertrag von Gerechtigkeit, so könnte man formulieren, der eben in der Tradition, in der Geschichte dieser Gemeinschaft steht. Ich denke, es wird sehr deutlich, dass im Vergleich zu John Rawls das Verständnis von dessen, was da verteilt wird und was denn die Güter sind, die verteilt sind, sehr, sehr unterschiedlich ist. Güter, die verteilt werden, bekommen erst durch ihren gesellschaftlichen Kontext einen bestimmten Wert. Das Korn innerhalb des indischen Kastensystems, das Geld innerhalb eines Sozialversicherungssystems und so weiter. Es gibt keine universalen Grundgüter, so argumentiert Walzer gegen Rawls, sondern Güter bekommen immer nur aufgrund einer bestimmten sozialen Bedeutung eben auch eine Idee von Verteilung. Die soziale Bedeutung von Gerechtigkeit verändert sich im Laufe der Zeit, aber wir können eben keine Theorie der Gerechtigkeit unabhängig von diesen sozialen Kontexten formulieren. Insofern also können wir festhalten, die kommunitaristische, also die auf Gemeinschaft bezogene Konzeption von Gerechtigkeit, ist ein Gegenentwurf zu der stärker liberal geprägten Theorie von Gerechtigkeit von Rawls. Walzer argumentiert, dass er so etwas möchte wie komplexe Gerechtigkeit. Komplexe Gerechtigkeit meint letzten Endes, dass wir in einer Gemeinschaft natürlich immer, in einer größeren Gemeinschaft und Gesellschaft, immer verschiedene Verständnisse von Gerechtigkeit haben. Und Walzer möchte eine größtmögliche Erhaltung der Vielfalt von Gerechtigkeitsverständnissen, die in einer Gemeinschaft impliziert sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt beispielsweise einen größeren Kontext, sei es Deutschland oder vielleicht Europa nehmen, dann stellen wir in den Debatten der EU natürlich fest, dass die französische Regierung aufgrund ihrer Kultur und Tradition, die deutsche Regierung und die spanische als drei Beispiele, natürlich unterschiedliche Verständnisse von Gerechtigkeit implizieren. Was bedeutet denn genau soziale Gerechtigkeit, das heißt Arbeitslosen oder Gesundheitsversicherung? Da stellen wir fest, dass wir auf Europa immer wieder unterschiedliche Aspekte haben. Walzer würde argumentieren, wir sollten dahin kommen, dass wir die größtmögliche Vielfalt von Gerechtigkeitsverständnissen erhalten. Nur so können wir auch auf europäischer Ebene so etwas herstellen, wie eben soziale oder politische Gerechtigkeit. Dieser Begriff komplexe Gerechtigkeit versucht das auszudrücken, dass er sagt, es sollte einen dynamischen Ausgleich dieser verschiedenen Sphären geben. Keine Sphäre sollte sagen, ich habe das alleingültige Verständnis von Gerechtigkeit und bitteschön, jetzt, ihr müsst genau so auch danach handeln. Wenn man nochmal auf die konkrete Ebene der Europäischen Union geht, würde das bedeuten, weder der Spanier, noch der Franzose, noch der Deutsche, noch der Pole darf sagen, ich weiß genau, was soziale Gerechtigkeit ist und ich stülpe das euch über und ihr müsst genau auch diesen Verständnis von soziale Gerechtigkeit annehmen. Die Bedeutung von Gütern wird also durch die Sprache, Geschichte und Kultur festgelegt und es braucht so etwas wie eine komplexe Gerechtigkeit, eine möglichst ausdifferenzierte Gerechtigkeit, die die verschiedenen Sphären von Gerechtigkeit wahrt. Es gibt an dieser Stelle natürlich, das liegt auf der Hand, verschiedene Vor- und Nachteile, die ich zumindest schon einmal kurz hier skizzieren möchte. Gegenüber Rawls gelingt es Rawlsern natürlich, die faktische Pluralität von Gerechtigkeitsvorstellungen wahrzunehmen, nicht nur wahrzunehmen, sondern sie auch innerhalb seiner Theorie zu beachten. Und ich denke, intuitiv würden wir sagen, ja, das ist gut. Auf europäischer Ebene natürlich macht es Sinn, dass wir eine Vielfalt von Gerechtigkeitsvorstellungen erhalten. Vielleicht noch mehr, wenn wir auf der, nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auf der weltweiten Ebene in einer interkulturellen Perspektive danach fragen, wie können wir die verschiedenen kulturell bedingten Verständnisse von Gerechtigkeit ostasiatisch, südafrikanisch, lateinamerikanisch erhalten. Da würden wir noch mehr sagen, es ist wichtig, dass wir sie erhalten. In interkultureller Perspektive würde man sagen, eben keinen Paternalismus an den Tag legen. Das Problem an dieser Konzeption, und ich denke, das liegt auch auf der Hand, was meint denn bitte schön genau komplexe Gerechtigkeit? Was meint den komplexen Ausgleich zwischen den Sphären? Wo genau ist die Grenze zu ziehen hin zur Ungerechtigkeit? Natürlich ist das indische Kastensystem beispielsweise auch häufig kritisiert worden, dass es nicht nur eine Form von gerechter Verteilung von Korn innerhalb einer Gemeinschaft ist, sondern eben auch Strukturen der Ungerechtigkeit erhält, dass eine Gruppe eben über eine andere regiert und beispielsweise, das was John Rawls betont, eben kein Zugang, kein gleicher Zugang zu Ämtern, Chancengleichheit für alle möglich ist. Wo genau ist aber dann die Grenze zu ziehen? Walzer versucht, dies zu thematisieren, dass er sagt, es darf keine Dominanz eines Gutes, einer Gerechtigkeitsvorstellung geben. Ich glaube, dass an dieser Stelle trotzdem schwierig ist, wo eben genau die Grenze zu ziehen ist. Wir haben also mit Walzer und dieser Theorie des Kommunitaristen einen ersten Einspruch gegen John Rawls. Wir haben also mit Walzer und dieser Einspruch gegen die Grenze zu ziehen. Wir haben auch mit Walzer und dieser Einspruch gegen die Grenze zu ziehen.